Deutschlandfunk, Europa heute. Sie mag für so manchen die schönste europäische Metropole sein, die funktionierendste ist sie aber definitiv nicht, Rom. Neben überquellenden Müllcontainern türmt sich der Abfall, es gibt Dreck an den Straßenrändern, wuchernes Unkraut. Jahrhunderte alte Pinien werden in Rom nicht gepflegt, sondern gefällt. Das alles ist schon seit Jahren so, aber das Müllthema rückt vor den Bürgermeisterwahlen im Oktober wieder in den Fokus. Elisabeth Pongratz berichtet. Aus der zerrissenen Plastiktüte am Boden quillt ein ganzer Haushalt hervor. Milchtüten, Melonenschalen, ein kaputter Schuh, Papiertücher. Daneben ein zerrissener Karton, Flaschen. Der Müllcontainer im römischen Stadtviertel Brathe ist voll, daneben türmen sich die Abfallberge. Wieder einmal ist in der ewigen Stadt der Müllnotstand ausgebrochen. Die Rede ist von 2000 Tonnen Abfall pro Woche, die am Boden bleiben. Die Metropole ist auf andere Städte und Regionen angewiesen. Ihr Müll wird in die Abruzzen transportiert, nach Kampagnen oder auch in die Toskana. Bei ihrem Amtsantritt lehnte Bürgermeisterin Virginia Radzi von der Fünf-Sterne-Bewegung noch die Müllverbrennung ab. Wegen der Abgase. Doch dann musste sie ihren Kurs ändern, so Journalist und Buchautor Nello Droglia. Vor fünf Jahren hat Radzi gesagt, auf keinen Fall Müllverbrennungsanlagen. Jetzt hat sie darauf gedrungen, in Albano eine Verbrennungsanlage zu eröffnen. Momentan reicht der Müll auf den Straßen nicht bis zum ersten Stock, weil er verbrannt wird oder auf die Mülldeponie kommt. Das städtische Unternehmen AMA ist für das Einsammeln und das Behandeln des Mülls verantwortlich. Doch dafür hat es nur wenige Anlagen, sogar weniger als noch vor 15 Jahren. Troglia schätzt, dass AMA jedes Jahr 150 Millionen Euro ausgibt, um die Abfälle außerhalb der Region zu bringen. Geld, das dringend für Investitionen gebraucht würde, so Troglia. Die AMA muss Kompostierungsanlagen bauen. Ein Drittel des Mülls, den die Römer produzieren, ist Biomüll. Und der Biomüll wird ja in der Kompostierungsanlage verarbeitet. Nur 43 Prozent des römischen Mülls werden getrennt. In Mailand sind es 58 Prozent. Rom hat nur eine Kompostierungsanlage, die im Übrigen erneuert werden muss, weil sie Gefahr läuft kaputt zu gehen, und die 80 Tonnen am Tag verarbeitet, was sehr wenig ist. Rom bezahlt deshalb 170 Euro pro Tonne, damit der Biomüll aus der Region gebracht wird, meist nach Padua. Chaotische Zustände erleben die Römer nicht nur wegen des Mülls. Ein Spaziergang auf den Gehsteigen kann zum Spießrutenlauf werden. Kratergrosse, Schlaglöcher, wucherndes Unkraut, abgefallene Äste. Die Botanik wirkt ungepflegt, verwahrlost. Und dies in einer der grünsten Metropolen Europas. Die Rechtsanwältin und Aktivistin Maria Pia Caboza gerät richtig in Rage, wenn sie über den Zustand ihrer Heimatstadt spricht. Ich glaube, viele Touristen sind völlig irritiert, wenn sie in solch eine schmutzige Stadt kommen, während doch immer erzählt wird, wie schön sie sei. Und dann kommen sie hierher und finden überall Flaschenscherben vor, Schmutz im historischen Zentrum. Die bekannten Panorama-Ansichten sind entstellt, auch weil die jahrhundertealten Bäume gefällt wurden. Teilweise wurden die Pienen gefällt, weil deren Wurzeln das Straßenpflaster aufreißen. Teilweise waren die Bäume krank. Doch in den Augen vieler Bürger werden Villen, Gärten und Grünanlagen schon lange vernachlässigt. Seit Jahren wird die Park- und Gartenpflege abgebaut. Wahrscheinlich hat es weniger Verträge mit Subunternehmern gegeben, als hätten abgeschlossen werden müssen. Und es gab keine Kontrollen der Bäume, der Parks, der öffentlichen Grünflächen. Das hat dazu geführt, dass viele Bäume erkrankt sind, zum Beispiel die Pinien. Das wurde schon 2019 und 2020 signalisiert, aber nichts ist passiert. Bei den Kommunalwahlen Anfang Oktober tritt Bürgermeisterin Raji erneut an. Allerdings liegt sie bei den Umfragen ziemlich weit hinten. Sicher ist, die künftige Spitze der italienischen Hauptstadt wird viel zu tun haben. Vielen Dank. Vielen Dank.